Was kannst du noch einmal machen? Vier? Wir haben ja vier Typen. Jeder Paladin ist eine Welle. Alter. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Kingdom to Crows. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. So, Kretze. Welcher Typ sitzt wo? Diese Typen halt. Ja, meiner sitzt. Hat er noch mal neu gekauft? Ne, der ist gar nicht abgestiegen. Ich hab nicht mehr drauf geachtet. Map. Ja, die dritte dann. Warte mal, jetzt haben wir fünf? Eins? Drei? 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 Hier? Wir haben jetzt eine fünfte Map. Weiß nicht. Die fünfte Map. Okay, aber es wird hier auch markiert, wo die Portale schon weg sind. Ja. Oder wir machen jetzt alle Portale weg. Dann haben wir von eins angefangen jetzt. Warum? Aber von eins sind wir ja erst weggefahren. Ja, dann... Achso, weil wir den Drachen haben wollten. Ja. Und was sag was? Ja, fangen wir von vorne an. Machen wir die A1 jetzt? Das geht ja schnell. Da steht ja schon alles. Da greif ich links gleich das Ding an, mach den Leuchtturm. Das ist alles kaputt. Ne? Lass mal erst mal Verteidigung checken. Ja, ich rette. Bevor wir irgendwas machen. Ne, steht noch alles. Oh, ich bin jetzt erst am Hauptgebäude angekommen. Oh ja, mir ist noch nicht hier. Ja, hier sind auch Banner kaputt. Kaputt? Ja. Ja. Warte drei nachgerüstet, zwei waren bei dir kaputt, eins war bei mir kaputt. Ja. Warte, was die hier sind. Wir können auch noch starten. Ich glaub wir müssen erstmal Rekruten besorgen. Ja. Ich hab hier vorne zwei gekauft. Wir haben ja alle vom Schiff, oder? Was? Obdachlose? Haben wir gar nicht mitgenommen. Obdachlose geht noch gar nicht durch. Eine Spitze in Schildtypen. Ne, die sind ja dann vorbeigerannt. Drei Leute da. Bei mir sind zwei abgestiegen. Also ich hab zwei, die sind auch plötzlich nach links. Aber es könnte auch von hier noch sein. Da kann ich auch noch ein Schild dran machen. Hast du für den Auftrag gegeben? Ne, das war bloß ein Upgrade. Ah, die beiden Typen sind da. Ja. Wir sind auch Dachlose. Zwei, vier, leider. Gut, ich würde jetzt links angrafen. Ja, warte, ich bin gleich da bei dir. Okay. Schauen wir gleich nochmal meine Taschen vor und dann komm ich jetzt zu dir. Na gut. Warte, ich dachte ich. Ja, bei mir ist das Portal auf jeden Fall aktiv. Bikiniere habe ich hier. Schildleute habe ich hier. Ja, okay. Das müsste eigentlich reichen. Wir müssten klarkommen. Wir haben mal einen Rekruten gekauft. Oh, wenn du da bist, stoppen wir auf den Griff. Hier gab es ja keine Portale, was? Ne, du musst alles planen treten. Ne. Okay, die Balliste hat schon Spaß. So, ich bin jetzt am Hauptgebäude. Yeah. Hier sind noch unsere zwei Typen, die laufen gerade, sind gleich bei der Base. Ja. Mit dem Greifen war ich wesentlich schneller unterwegs. Ich glaube ich. Ja. 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 Der ist nicht so schnell, der muss dann noch ein paar schnaufen. Da kommt er. Da muss ich glaube ich mal ausruhen. Die Kämpchen die du vor dir hast, die kann man zu den Schwertkriegern ausruhen. Passt hier mal, die nehmen sich aber jetzt gleich auch hier das Schwert weg. Haben sie ja nur einen Knüppel und ein Holzschild? Sieht ja aus wie eine Schaufel. Eine Schaufel? So. Jetzt werden sie gleich zum Paladin. Ja. Richtig langsam. Na gut, das ist bei Ritter langsam. Okay, hier ist noch sehr gut. Und dann Angriff. Guck mal, jetzt rennen sie. Jetzt rennen die Schwerträger. Kannst du noch einen machen? Vier? Wir haben ja vier Typen. Wie der Paladin ist eine Welle. Alter, okay. Aber wir haben keine Bombe jetzt gemacht, ne? An den Bomben gebraucht man ja nicht. Und dann haben wir die Pfeile geflogen. Und dann wollen wir die Pfeile geflogen. Und dann wollen wir. Das war's schon. Das ging sehr schnell. Mal den Leuchtturm hochziehen und das Portal. Ganz so drast, weil ich hab kein Geld mehr. Wo ist mein Geld hin? Junge, du hast gerade vier Wellen und die Paladine geholt. Hm, den Leuchtturm kannst du dreimal abgrälen. Wo springt dann was? Weiß ich nicht, jetzt aus Stein. Noch genug Geld? Na, das wird nicht reichen. Warte mal. Ich finde ja auch noch Geld. Ach komm, jetzt hier die Taschen vollgemacht. Ich hab drei Münzen. Achso, laufen wir nach rechts bitte. Nach rechts? Ja, seit dass da jetzt gerade die Angriffswelle kommt. Na gut, du hast aber genug Verteidigung da, oder nicht? Die dicken weiß ich nicht, ob das reicht. Okay. Kannst du das Portal nehmen und blieb's hier aber nach rechts? Ja, nee, dann muss ich wieder zurück laufen, hab ich gar keinen Bock. Die laufen, ich mach den Leuchtturm, das ist cool. Wo ist's zu Wasser gelassen? Ich krieg das Geld hier von der Farm und dann brauch ich den Leuchtturm zu Ende. Das reicht noch nicht. Hier sind noch eine Farm. Drei dicke Farmen nebeneinander. Okay, ich bin reich. Ein paar Tage haben sie die Bälle geschafft. Da hinten brennt bestimmt alles. Alles in Feuer gerade. Ja, Inferno. Da hinten brennt wird. Ah, schon fertig. Ja dann, Abmarsch brauchst du nur 2 Gold? Für was, achso für Supporten, ja, ich bin komplett blank. Abfahrt. Wenn's flackert, musst du drücken. Ja, ich weiß. Jetzt bräuch ich das ab. Ich weiß, wir kommen. Mach's Stop beim Haupthaus und brauche eine Bombe. Du? Ich war bei den Taschen voll mit Geld. Ja, ja. Das stopfe ich dann den Bogenschützen noch ein. Ich bin direkt bei der Power rausgekommen. Super. So. Ja, vier Bogenschützeln, die Bomben hab ich gebaut. Noch zwei Rekruten, mir und ich auch noch. Gleich einen Bogen schnappen. Ich hab auch noch zwei Rekruten. Dann brauche ich noch mal Bögen nach. Ja. Ich geb euch gleich nochmal vier Bögen in Auftrag. Raumbe kommt schon oder was? Nein, steht hier noch. Wo noch kein Handwerker da. Die Handwerker stehen hier bei mir, um drei Stück. Ja, er hat einmal auf den Turm draufgehauen und jetzt geht er wieder weg. Aber ganz langsam. Wer? Der Handwerker. Der Handwerker? Cool. Na gut. Ja, gut. Die Bögen sind noch vier Stück da. Ich glaub, da war jetzt jeder letztlich angenommen. Hier kommt noch einer angejettet. Okay, dann geh ich nochmal zurück. Ich hab doch gesagt, dass ich noch zwei Rekruten gerührt hab. Aber die waren schon da. Vier Leute waren da, jetzt kommen noch mal zwei. Und noch einer. Jetzt kommt ein Handwerker an, der wird jetzt die Bombe. Nur einer? Ja, erstmal nur einer. Drei wären geiler. Drei sind richtig gut, oder? Na ja, sie bewegt sich jetzt langsam. Oh Mann. Oh, mal rechts hat die aus der Höhle raus. Wie soll da mitgesprengt werden? Ich glaube, das ist nicht möglich. Einst nicht? Nee. Ja, König muss sich hier opfern. So, wenn wir noch auf die Bombe warten, oder loslegen? Oder? Weil die müssen noch nicht warten. Ja, eigentlich nicht. So weit auch, die müssen wir bezahlen. Und die überhaupt losfällt. Das heißt, dass du das nicht jetzt schon machen kannst? Nee. Wartet vor dem Tor, da musst du einmal bezahlen. Dann drunter musst du einmal bezahlen. Und zum Schluss zum Zinn musst du auch noch bezahlen. Dreimal musst du die bezahlen. Nee, das ist auf der nächsten Map, damit er schneit. Dann mache ich den Schnee einfach weg. Witzig. Oh, jetzt sind drei Leute dran. Jetzt kommt sie angejettet. Gucken wir nochmal nach nach Bögen. Ja, hier kann ich nochmal einen rekrutieren. Gut. Ich glaube, die wird stehen, ja? Wartet tatsächlich auf dich. Ja? Ja. Die Armee auch. Die kommt auch zu uns. Wir wissen, was wir vorhaben. Ja. So. Boah, wenn wir bei der Armee jetzt das ganze Geld droppen. Dann hat die das nachher, ne? Genau. Wenn wir nicht nah genug an die Armee rangehen, dann droppt die uns. Dann droppt die uns. Ja. Ja. Dann haben wir bei dem Rauer noch die Handtaschen voll. Wir müssen noch einen Turm hochziehen lassen. Wir haben nur diese komischen Jäger als Angreifer. Ich weiß nicht, ob die anderen Bogenschützen mehr Damage machen. Wenn sie keinen Turm haben, wo sie reingehen können, bleiben sie halt die normalen Jäger. Na ja, guck mal mal. Will ich bezahlen, oder bezahlst du? Ne, mach schon. Aber ich kann grad nicht. Das musst du ja gar nicht. Wie soll ich da vorwenden? Machst du einfach durch? Ja, schon mal schon. Das war die Bombe. Vielleicht geht jetzt bezahlst du dann. Ja, geht los. Und rein. Ja. 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 Das sieht gut aus. Ach guck mal, hier sind noch weniger Dinger. Hier ist noch eins auf der Karte, das'RE wegmachen müssen. Okay. Abmarsch! Ich kann schon nicht mehr rennen. Ich muss auf dich warten. Komm! Du warst ja auch wieder verkackt. Ne, ich bin draußen. Ja, ich auch. Nice. Okay. Okay. Interessant, interessant. Alter, 62 Punkten schützen. Kann man jetzt hier noch kaufen? Warte, 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 warte. Kann dir Geld geben, oder was? Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung, was du jetzt gemacht hast. Hast du vielleicht deine Krone verloren? Und ich hab dir jetzt gerade eine neue Krone gekauft? Danke ich nicht. Weil du bist ja eigentlich nicht rausgekommen. Weißt du immer, führst du weit hinten? Habe ich schon, ja. Ja gut, Schiff beladen. Abmarsch. Willst du noch mal vorher ein paar Leute ausbilden, oder? So. Ja, kann man doch machen. Ein paar Bogenschützen oder das nehmen wir mit. Ja. 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 Da mal, ich würde hier noch Bogenschützen und Handwerker. Ah, warte mal, deine Typen hintergestürmen in der Leibwagen. Ja, die könnte man auch nochmal hochbringen. Aber ich konnte nur einkaufen. Achso, ist nur einer gestorben. Keine Ahnung, bei mir läuft gerade keiner rum. Ich habe den Tipp wieder aufgeladen, den einen. Ich darf das nur wahrscheinlich gar nicht machen. Ich kann ja schon mal ein paar mal läuten, jetzt hier am Schiff, dass die schon mal aufsateln. Ich will sie diese mal hier lassen, ja? Ich habe jetzt einen aufgeladen. Den müssen wir auch noch mit. Das war der für die Schilder. Naja, ich habe den anderen jetzt bei. Doch, wieder aufgepackt. Na gut. Haben wir drei Schwerter gekauft. Gibt es noch drei Rekruten. Gut, ich bin mit dem Schiff und läuten mal die Glocke. Ich leute ja schon. Leutest schon? Ja, drei Handwerker sind schon drauf. Und dann gehe ich nochmal in die Base und wollen ein paar Bögen. Da habe ich voll gemacht gerade. Ich habe ja nochmal richtig viele Leute rangeholt. Ich gucke mal. Die sind ja noch nicht mal hier angekommen. Da kommen gerade die ersten. Ja, das ist alles alle. Die Bögen sind weg, die Handwerker, die Hämmer sind weg. Okay. Ich müsste hier nochmal voll rein. Dann ist erst mal wieder Pause bei mir. Wieder? Das ist hier schon wieder. Wieder eine Stunde her. Das haben wir nicht gebraucht für die Garte. Nee, aber davor. Ii, davor. Was springen die alle rauf hier, die hier kommen? Da sind die Bär dran vorbei. Nö, ja. Ah, jetzt ist schon das Boot voll zu sein. Ja. Dann abfährt, oder? Ja, was abhauen. Bisikowski. Geh. Nein! Was? Nein? Das Geld! Gut, da gehe ich es dann raus und dann gehe ich mal kurz was essen. Kurz was essen. Leute, okay. Das ist vielleicht noch ein paar Minuten.